Hallo! Willkommen hier zu Thornhaut Revents vs. Heute mit dem guten Bassbox-Versiver. Und gräste Schuh! Tja, heute hier zum ersten Mal ist hier Part 1, neues Format. Und wir haben hier viele Orte, hier fangen an. Es ist hier, wollen wir einmal zufällig heute? Ja. Die Warten 1-on-1-mäßig und deswegen Zufall. Und gucken wir mal, welche Warten wir zur Auswahl haben. Ich würde jetzt mal sagen, aus, ich nehme den! Super schnell! Ich habe den einen Bock! Nun, wenn du mit einem Mist gehörst du es auf den, aber in einer anderen Farbe. Ja. Wir klicken zu lernen, kannst du die Farbe ändern. Das ist ganz klar. Du hast dich mit D! Und es zu lernen, weil ich hab so. Ja und dann nicht. Und tja, nun geht es los hier. Let's Battle Format, endlich wieder eine Xbox-Kontrolle zu nehmen. Das war so vor kurzem. Ich hab lange nicht mehr Xbox gespielt. Und meine... Ich würde sagen, ich bin noch ein... Wollen wir wieder einfahren? Der Passbox kennt's nicht. Oder? So. So, Kopf am Kopf. 1-on-1. Los geht's hier am Kontakt. Nächst. L-T-Dosan. Hüpfen. Und... Ja. 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 Und mit Y. Ich weiß. Du kennst, ich hab schon den Lippenstück gespielt. Nein, mit B. Na ja, oder? Ach, wieso? Mit B. Ich hab mal das ganz alte noch davon kappt. Ha! Zellst du aus! Ich hab mal das ganz alte noch davon kappt. Jo. Ja. Boah! Ja. Ja. Wieso? Ja. Ja. Ja, ich lebe noch. Ja. Ja. Ich hab den so gesagt, das mal anzupringen. Ich kennst die Sette nicht. Ja. Wo? Ich ricke. Dann scheeria're mehr ein wenn das nicht. Ich halte mich jetzt. Ich bin fast dabei. Aber in der Lage. Ja, das ist ganz um 49. Na ja! Also wir fahren auf grüchstern Niveau, das merkt man. Oder wie nennt es Burn Up Events Versus, ganz klar bei jemandem gegen einander. Das ist klar. Also ist da noch nie kaputt, das ist ganz klar. Und auch das ist ganz besser, was ich meine. Was ist hier los? Ich bin jetzt gegen die Säule. Sehr ehrlich. Ich bin selber gegen die Säule gefahren. Die Säule gefahren wird auf. Ich bin selber gefahren. Was ist das? Was ist das? Du wirst nicht mehr schlecht. Ja, das geht ja um die Funde. Deswegen hier... ...fine Funde. Zwei. 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 Tja, das nun nicht mal. Safe show. Oh, überschlag. Ich hatte. Oh nein. Mein Auto ist zu kratzen. Ich bin ein bisschen. Ah. Mein Auto ist zu kratzen. Nein. Zwei. Zwei. Au. Hetzhau. 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 Hast du Glück gehabt. Jetzt hast du noch Vorsprung machen. Hetzhau. 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 Hey Mann. Die die wohl nach vorne sind, sie kann gewannen. Hetzhau. Schlecht zu mir. Ha. Gewonnen. 1-0 ist schon lecker zu verstanden. Ich mag den rechten Stau gewassen. Tja, er hat da und es ist 1-0 für den guten, für mich möglichen Butterbots. Ganz knapp. Wir machen mal Roadway. Das heißt, Level mehr. Wir machen White Mountain. Die haben die Kazaar und die anderen Varianten. Die machen gleich alles. Ganz eine Idee. Okay. Oh. Man würde es mir nicht nachmachen. Okay. Ich habe die Wagen schon freigeschaltet. Ganz klar. Mein Offline-Netflix und mein Gewege zur Elite habe ich vor weiterzumachen. Aber ich habe leider keine Lust. Weil ich mag, hier, das war für Bock habe. Und in der Zeit habe ich keinen Bock auf. 2-0. Roadways. Ich hätte das euch für alle die Drogen. Weil auch ich kenne. Roadways ist ein... Das ist der Motivator. Muss mehr Wagen. Zu essen. Ich ziehe euch noch nicht zu fahren. Fett. Nein, dann muss die Wagen. Weiß nicht. Ich bin ganz fest. Ich kann mich auch nicht mehr anpassen. Ich kann mich auch nicht mehr anpassen. Ich kann mich auch nicht mehr anpassen. Ja, das kann ich mir auch selbst machen. Das macht auch. Das ist auch nichts. Ich könnte die anderen Fass uns auch machen. Das kann ich mir auch nicht machen. Ich bin ganz sicher. Was ist das denn? Noch mal! Dritter! Superditor! Fünf Stück schon! Superditor! Fünf Stück! Jetzt ist das Melch mit der Fettung! Nein! Fünf Stück! Nein! Will ich mitdrehen! Und wenn man mehr Sachen macht, dann... Oh! 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 Eine Idee! Nein! Nein! Was machst du jetzt, wenn ich dich drehe? Was machst du dann dagegen? Nein! Wir wurden mehr Takedowns! Wer? Ja! Was ist das Neck? Hallo, du Fallsch! Wir werden Takedowns! Komi hat jetzt mehr Action! Komi! Hallo, du Fallsch! Was machst du denn? Nein! Nein! Was ist das Neck? Hallo? Hä? McDowell! Ich hab Arf! 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 Und du bist kaputt gegangen so oft! Darum hast du verloren! Tepic Attack! Du bist da! Der, wo mehr Schrott macht, der gewinnt! Waaas? Du bist dran! Wie geht es das? Denn man muss den Gegensäck herammen! Dann bekommt man Geld! Und der, wo die meisten Geld hat, der hat gewonnen! Du bist da! Ich hab ihn für deine Besten! Dann guck wieder ne andere Teile! Wack! So, hast du für ein Thema, wer fällt dir hier zu deinem Thema ein? Hm, also, ja. Wir haben noch nicht die ganzen anderen Speisen, das haben wir noch nicht ausprobiert. Aber, was weiß, wir machen hier ein Teil mit uns. So, wir haben noch mehr Geld, also, wir haben noch mehr Geld, als die... Echt, denn die Kleck-Karte. Wir müssen die Gegend verkaufen. Ungemacht. Nein, nein, die wollen so fahren, die wollen... Mit weich? ...gesadet fahren. So... Wieso? Jetzt habe ich die Zelle. Das hat doch einen verköchtern, muss man nicht aufgehen. Wir können noch nicht, die ganze Musik zeigen. Es wird alles passieren. Das ist die ganze Musik. Weche. Fuck die Musik. Ich bin reich, gell! Ich bin reich. Quatsache wie gut. Sie können kommen wieder. Sie können wieder. Gegen Verkehrsschlimm? Zeit ist um! Wie viel Geld haben wir geholt? Wer ist das? Okay, das liegt ja auch kurz daran. 1.2 Date. Nun mal mehr den nächsten Modus. Das ist ein... ...Gleichgang. Wir haben hier auf den... ...Signett die Modus. Die anderen wollen wir noch weitergehen. Wir beginnen mit dem ersten. Und dann haben wir noch einen Ruder, das wir noch rennen müssen. Und wir haben den Top-Bite. So, das sind die Wagen. Oh! Ich hab mein Auto schon gefunden. Dann hab ich kein Auto. Ha! Ah! Mann! Ganz... Hey, mach die doch! Tja! Ein Bus gegen einen Renner! Das heißt, wenn wir Geld verdienen. Nein, wenn wir den meiste Schrott haben. Auch müssen wir auch am besten. Bei denen kann man am besten blockieren und alles. Aber wie wird das denn ablaufen? Hm. Nein! Möchtest du sehen? Oh! Ja, komm! 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 Nein! Du kannst ja nicht hinzufallen. Hey, du sollst mehr als ich können, wie ich gekommen bin. Ich rausgebene. Ja! Mann! Der ist echt schwierig. Ich mache Tusch. Die Dinger ist riesig! Besscht! Besscht! Toll die Dinger ist riesig! Besscht! Es ist echt viel. wenig hat, und... und wieder, und wieder die 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 die... und... sie macht den Kaum, yes! Ich hab so gut wie gewonnen, ganz klar, weil... Ja, ich versteh das nicht eigentlich, ich versteh diesen Kurs nicht. Aber was soll's hier. Hm. So. Ha! Zwei, zwei, zwei. Ja. Let's do this. So, richtig, die die Zonen entscheidet, wer gewinnt, und dazu machen wir ein... 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 Rennen... noch zum... Und das wird uns nun entscheiden, wir machen nun... Lung-Ki. Strecke vorwärts. Strecke vorwärts. Vorwärts und kann gewahlen. So. Denn leider nur, was wir... Jeder muss ein ganz anderes Auto sehen. Richtig. Und das kriegen. Ja, das ist doch schön. Ey. Ey, ich verstehe. Aber das Leben. Wir haben es schon gemacht. Ich finde es. Hmm. Ey, der sieht schön aus. Ich könnte ihn nehmen. So. So. Hier sind wir am Wagen. Nun darf der Backbox nicht den kleinen Wagen nehmen. Aber nicht den stärksten. Es ist stärker 9. Aber was soll's. Vielleicht gewinnst du den Tropfen, wenn ich schlecht fahre. Richtig. Und ja. Und endlich wieder ein wunderschönes. Battle hier. Ehm. Wunderschönen Tag heute. Tja. Es ist endlich wieder Zeit hinter. Ein paar Aufnahmen aufzunehmen. Tja. Nun ja. Jetzt entscheidet. Wer hat sich der ersten Battle gewinnt. Und... Wo es geht. So. Ha ha ha. Hes. Hes. Nein! Fumann! Wow! Ich mache das hier! Das gleiche! Was ist das? 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 Du hast gelassen die Frage. Das ist ja... Was ist das? Das ist das für mich. Gämmen? Ja, es ist das für mich! Ich habe das für mich! Ja! So... Wegen hättest du da. Was war das denn? Ich will die Masse haben. Ich bin so hoch. Was ist mit dem Händel? Hilf mir! Gut! Kampfer! Basta! Was? Schuhe! Hinega! 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 Ich glaube, ich habe den Jax geschlossen. Hinega! Ich hab ihn nicht zum! Machen Sie? Ich kriege den Jax... . . . . Bad Wolf! Ich habe hier die Hand! Bad Wolf! Was ist das? Ich bin nicht mehr! Haben wir den? Ich bin nicht mehr auf der Bühne. Das ist der Glocke. Ah! Ah, ich hab die Brüste kaputt! Tja, das nennen wir es wirklich Schmerz des Handel und tja Somit gewinnen wir gute BuzzFox in dieser Runde. Das war's mit dem Let's Battle hier bei Splano Band Samstag hier bei diesem Let's Battle. Tja, wir sehen uns dann im nächsten Part oder wir sehen uns dann in einer der kommenden Videos wieder. Danke BuzzFox dafür, die ich hier für diese Runde gewonnen hast. Das finde ich echt gut und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Battle. Also, bis dann Wohnbarzeit und tja! Euer Crazy Sneak und BuzzFox tja!